... Reine messen wir jetzt unterwegs wie hinter die 7 Typen in der Schweiz. Die beste Zeit dort bei 51,2 Sekunden. Und im Hintern ist 3. Emilie Grellier. Im Hintern ist 2. Bruno Stamm, unterwegs im Eifeldorf. 45. Pop, 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 pop! Werner Pfister. Wieder mit Kabelstäben. 49,9 Sekunden. Für deine Messer...